Kann man bei Edelmetallen Gewinne einfahren, indem man einfach seinen Kalender zur Hand nimmt? Eine Gruppe von Analysten sagt Ja und hat das am Beispiel Silber durchgespielt. Das ist PhiloraTV, ich bin Joachim Brandl. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Dass es bei den Edelmetallen saisonale Schwankungen gibt, das war uns allen schon länger klar. Die Nachfrage nach Gold ändert sich mit dem Kalender, zum Beispiel, wenn im November in Indien das Diwali-Fest gefeiert oder Ende des Jahres die Hochzeitssaison eingeläutet wird. Wenn die Menschen im bevölkerungsreichsten Land der Erde sich mit Gold beschenken, dann ist das am Markt zu spüren. Dasselbe gilt für das chinesische Neujahrsfest Ende Jänner, Anfang Februar. Die erhöhte Nachfrage schiebt den Preis traditionellerweise ein wenig an. Jetzt haben die Experten von Investinghaven.com den Silbermarkt einer genaueren Untersuchung unterzogen. Und die Ergebnisse sind äußerst spannend. Die Analysten haben anhand von einigen Charts dargestellt, dass der Silberpreis in einigen Monaten im Jahr mit schöner Regelmäßigkeit steigt, während andere Monate fast immer schlechter abschneiden. Und sie haben dargestellt, dass dieser Langzeittrend in den letzten Jahren ein wenig aus dem Rhythmus gekommen ist. Schauen wir uns das genauer an. Das erste Chart, das wir unter die Lupe nehmen, ist dieses. Wir sehen hier den durchschnittlichen Silberpreis im Jahresverlauf über einen Zeitraum von 30 Jahren. Genauer von Oktober 1986 bis Oktober 2016. Und das Muster sticht sofort heraus. Wir sehen einen sehr starken Jahresbeginn, steigende Preise bis in den März, April hinein. Also ein sehr gutes erstes Quartal. Von April bis Juni gibt es dann eine Korrektur. Man könnte fast von einem Absturz reden. Dieser wird dann abgefangen. Der Preis steigt wieder. Und ab dem späten Sommer gibt es keine klare Richtung, sondern eine Seitwärtsbewegung. Über die Implikationen reden wir gleich vorher noch zwei andere Charts. Wir betrachten den Zeitraum von 2005 bis 2024 und sehen in Prozent, wie hoch die Chancen waren, dass ein Monat stärker geschlossen als geöffnet hat. Also wie hoch die Chancen waren, dass der Monat mit einem Plus zu Ende gegangen ist. Und auch hier gibt es klare Muster. Der Jänner, Juli und Oktober stechen hier als die Monate heraus, in denen am ehesten mit einem Gewinn zu rechnen war. Der Juni markiert auch hier den Tiefpunkt. September und März laufen auch nicht gerade gut. Und dann noch ein Chart. Hier werden dieselben Parameter dargestellt, also wie hoch die Chancen waren, dass ein Monat ein Plus gemacht hat. Allerdings nicht über einen Zeitraum von 19 Jahren, sondern nur von 2020 bis 2024. Der Oktober sticht diesmal besonders heraus. Gefolgt von April und Dezember. Das Schlusslicht Juni hat Gesellschaft bekommen. Februar und September sind in den letzten Jahren genauso schlecht gelaufen. Kurz und schmerzlos. Abonnieren Sie unseren Kanal und verpassen Sie nichts. Was heißt das jetzt aber alles? Nun einerseits sehen wir hier einen klaren Beweis dafür, dass es diese saisonalen Muster gibt. Wir sehen aber auch, dass sie sich verändert haben. Als Erklärung für diese Schwankungen geben die Experten verschiedene Faktoren an. Die langfristige Stärke im ersten Quartal führen sie unter anderem darauf zurück, dass die Industrie sich am Jahresanfang mit neuem Material eindeckt. Die Konsolidierung bis Juni scheint dann die logische Konsequenz daraus zu sein. Die volatile Phase in der zweiten Jahreshälfte scheint zu suggerieren, dass andere Faktoren wie geopolitische Ereignisse oder ökonomische Daten die Nachfrage stärker beeinflussen. Der Markt reagiert auf das, was tagesaktuell geschieht. Und dann gibt es noch den Unterschied zwischen der langfristigen Betrachtung in Chart Nummer 2 und Chart Nummer 3, das nur die letzten Jahre abbildet. Am auffälligsten ist, dass das starke erste Quartal massiv an Kraft eingebüßt hat und zwar zugunsten des letzten Quartals und dass der Juni in beiden Darstellungen entweder der schwächste Monat ist oder zu den schwächsten Monaten zählt. Allein diese Informationen können Händlern als gute Parameter für ihre Entscheidungen dienen. Außerdem sieht man, dass die Kraft dieser saisonalen Rhythmus in den letzten Jahren gebrochen wurde. Die Autoren dieser Studie führen das darauf zurück, dass neue Faktoren wie Marktunsicherheiten, die Schwierigkeiten bei der Lieferkette und Änderungen der Wirtschaftspolitik jetzt eher den Ton angeben. Und was haben Investoren davon? Nun, es kann nicht schaden, sich einerseits dieser saisonalen Trends bewusst zu sein, aber andererseits auch darauf zu achten, dass immer neue Faktoren diese Trends aushebeln können. Ein balancierter Ansatz aus der historischen Betrachtung und der Beobachtung aktueller Ereignisse dürfte also der beste sein. Mich interessiert Ihre Meinung. Kann dieser saisonale Ansatz hilfreich sein? Schreiben Sie uns Ihre Kommentare zum Thema gleich hier unter dem Video oder per Mail an tvstudio at philoro.com Und zum Schluss nochmal die Erinnerung, gleich jetzt auf Abonnieren klicken. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis bald. Und zum Schluss nochmal die Erinnerung.